kann man jetzt eigentlich was mit diesem grunnen machen hast du schon was rausgefunden weißt du da was ding was weißt du was da mit dem brunnen ist ja hier ist so ein guffi er ist brunnen wenn ich fange mal her wo sind der hier ach so oder schau nicht einfach nur was ist der sinn davon der sagt immer weiß er liebt fraköchen